Stand das mal im Pokédex, das wo Ingenau eigentlich gar nicht das Pokémon ist, sondern der Schweif ist das Pokémon? Ich glaube sogar ja. Hatten wir das nicht sogar in Assault Link? Möglich. In Smaragd, die wir so grandios geschafft haben. Da. Nein. Da. Ja, ich wollte mal die Attacken zeigen und die Werte. Äh, Moment. Ja, ich guck mal ganz kurz, das war ein sanftes Wesen. Äh. Also laut den Bildern müsste es neutral sein. Wenn ich nämlich jetzt hier gucke zum Beispiel, da sind es farblich markiert. Ja, es fährt hoch und verendet runter. Okay, also rot heißt hoch und blau heißt runter. Gut, ich hatte mich schon gefragt. Das ist nicht geendet haben, weil das ist jahrelang so. Was für ein Wert hatte denn Evoli? Was für ein Wesen hatte das? Ein hartes Wesen scheinbar, oder? Ich kann das nicht sehen, das ist gerade so verpixelt. Ach, da ist Verteidigung, da ist Spezialverteidigung. Ja. Verteidigung, Hochspezialverteidigung runter, wenn es nachher Farben so geblieben ist. Lash ist das Wesen. Mio hat Ernst, ist neutral. Mio konnte ich eine lange Zeit nichts anfangen. Es hat eine Ultra-Verteidigung, also das Mio ist das stärkste Verteidigungspokémon, was ich habe. Aber es konnte lange Zeit nicht angreifen, weil ich bloß Fund hatte und nachher Sternschauer. Und es lernt selber erst eine gute Attacke am Level 33. Ja, das ist leider das Problem, dass Mio nicht wirklich selber was erinnert. Deswegen habe ich ihm dann diese DMs beigebracht, weil ich habe ja momentan kein Wasser-Bogmon im Team und Boden habe ich für die Blitz-Arena mit ausgerüstet. Ach so. Ja, Major Bob. Hat mich schon gewundert, eine physische Attacke auf den Mio, naja gut. Naja, es hat mich letztendlich gerettet in der Arena, gegen Major Bob, gegen das Rai-Chu. Weil Onix war ja vom Level noch nicht stark genug. Du machst da bestimmt keine Naselock, ne? Nein. Das habe ich in einem, ich weiß nicht, ob im letzten Stream oder im vorletzten auch schon gesagt. Zum Glück machen wir keine Naselock, weil da hätte ich jetzt schon vier Popen und weniger. Das würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich das Spiel spielen würde. Joa, es kann ja sein, dass ich das etwas später nochmal mache. Wie lange spielst du denn das Spiel jetzt eigentlich ungefähr? Kannst du gleich mal bei Speichern nachgucken? Ähm, mache ich gleich. Nach dem Kampf. Aber erst müssen wir Dimitris Onix weghauen. Ich habe gerade Dimitris gelesen. Ich habe mich schon gewonnen, Herr. Ja, Dimitris ist auch da. Ähm, Taubora ist... Kannst du mir Siedewasser zeigen? Wenn Mew... Würde gerne die Animation sehen. Wenn Mew die Attacke überlegt, sollte es aber eigentlich... Ja. So schlecht ist die Defensive und Spezialdefensive von Mew. Also bis jetzt ist Mew mein stärkstes Verteidigungs-Pokémon gewesen. Guck dir das an, das nicht viel Schaden. So, Siedewasser. Manchmal, ich muss echt aufpassen, manchmal setzt sich aus Versehen was falsch ist ein, weil der Cursor zu schnell weggesprungen ist. Ja gut, ganz normale Animationen, leider. Ich dachte, die haben da noch irgendwie krasse Grafiks reingehauen. Guck mal, so sieht Dimitri also aus. Hey, Dimitri sieht anders aus. Nein, er hat einen Stock, er hat einen Bart, hat einen Rucksack, einen Hut und steht in der Gegend rum. Mit seinem Onyx. Kann du übrigens sein Pausenscreen von hier sehen? Nein. Nummer drei, ne? Ja und? Nummer fünf wäre, wenn ich meine Kamera machen würde. Und Nummer neun ist deine Outro oder was ist das? Keine Ahnung, ich habe bis jetzt bloß Nummer drei und fünf sechs eingestellt. Die anderen sind alle nicht eingestellt. Achso. Wieso hast du eigentlich keine Ratzfratz im Team? Weil ich keine Ratzfratz im Team haben wollte. Achso. Ach stimmt, du magst ja Ratzfratz nicht. Äh. Ja, es gibt auch kein Computer mehr in dieser Edition. Stattdessen hast du immer ne Pokébox bei dir. Das habe ich auch schon, aber gefällt mir nicht. Mir fehlt der Computer. Ach stimmt, ich wollte eigentlich auch Vulpix ins Team nehmen zum Trainieren. Ach Quatsch. So nicht. Ach, das Karpador hast du denn trotzdem auf der Box, auch wenn es im Pokéball ist, oder ist das ein anderes Karpador? Ich glaube, es ist trotzdem auf der Box. So, welches Pokémon? Wir haben als nächstes haben wir... Wir gehen jetzt durch Fels-Tunnel. Ja gut. Der kommt Blavandir, der musst du weitergehen, Silps-Scope. Äh, und die Arena kam da auch noch. Gibt es noch diese Kampf-Arena, wo du denn dir ein Kampf-Pokémon holen kannst? Und dann kam Erika. Das dauert noch. Also, jetzt geht es erstmal durch den Fels-Tunnel. Danach geht es durch Lavandir durch. Über den Untergrund nach Prismania. Dort müssen wir Team Rocket erstmal umhauen in der Spielhalle. Danach kommt die Arena von Erika dran. Und dann kommt erst die Saffronia City Action. Ja. Obwohl, ne, dazwischen kam dann noch der Lavandir. Aber du kannst die Erika auch schon vorher machen. Erst nachdem man die Spielhalle gemacht hat, weil Team Rocket sonst davor steht. Hier, ja? Ja. War es uns auch so? Nö. Doch. Ich habe in Gelb als erstes mal Erika gemacht. Und in Feuerrot auch. Hm. Können wir ja sehen. So, ich überlege gerade. Nehme ich Onyx raus? Oder Taubourg? Ähm, für ein Feuer-Pokémon. Wird Onyx rausnehmen. Ja, wir haben jetzt drinnen eh nur Felsen gleich. Viele Trainer mit Kleinstein und so. Ja, doch. Ich würde Onyx rausnehmen, weil du brauchst ja für Erika nachher Taubourg und eins Madbo auch auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich auch ein Feuer-Pokémon für Erika und was kam danach? Danach kam schon... Ja gut, danach kommt dann erstmal die ganze Ecke. Kann denn dein Madbo überhaupt eine Pflanzen... äh, eine Käfer-Attacke? Käfer-Biss oder sowas? Ich glaube Käfer-Attacke kann es tatsächlich noch nicht. Es kann momentan... Konfusion bestimmt, äh, irgendwelche Gifte, um das zu einschlafen, Paralyse oder sowas? Zielstrahl, Störperspur, Giftpuder, Windstoß. Oh, Windstoß statt Konfusion, okay. Interessant. Konfusion wollte es bei mir auch noch gar nicht ernähren. Oh, das ist auch neu. Das war ja sonst immer gleich Stufe 10 schon. Ja. Hast du eigentlich schon Pokémon von Pokémon Go auf dein, äh, Let's Go? Das kann ich noch nicht, haben sie hier selbst im Spiel erzählt. Das geht erst, wenn man in Fuxania City... Ich vermute, es liegt mit der... Hängt mit der Safari-Zone zusammen. Ah, ja, das... gut, das könnte sein. Soweit haben sie mir im Game schon erzählt. So, hier, du wolltest noch sehen, wie viele Stunden und so? Sieben Stunden, hm. Ja, gut, dann kannst du dir auch Meltan holen. Ich weiß noch gar nicht, wie. Äh, wenn du es auf Pokémon Let's Go gefangen hast. Und dann später durch die Übertragung. Ja, dann musst du es suchen. Ja, ich glaube, das funktioniert über die Aufgaben, die man dort hat. Weil man hat ja auch bei Pokémon Go Aufgaben und die habe ich noch nicht ganz erfüllt. Ja, du, da habe ich keine Ahnung. Hinter Pokémon Go habe ich mich nicht wirklich gesetzt. Das ist nicht so meins. Ich weiß. So, auf in den nächsten Kampf. Ist das nicht der mit... Mein Bruder hat mir gesagt, kurzer Rust. Nö. Nee. Eigentlich müsste der hier auch noch sein, der Junge. Oder sie haben den Text geändert. Möchtest du, oder? Nee, du kannst ruhig. Nee, das war hier mit dem Jungen. Du kannst ruhig. Okay, gut. Ich werde den Fels-Tunnel nehmen, um nach Lavandia zu gelangen. Ein Camper Moritz. Ich hätte mir mal ganz kurz was zu trinken holen, ja? Ja, okay. Ich werde den Fels-Tunnel nehmen, ich werde den Fels-Tunnel nehmen. Maus, rank me! Nö, es buddelt sich ein. So, da bin ich wieder. Yay! Prank me! Ich finde die Animation von der Attacke lustig. Kennt eigentlich Twitch das Spiel gar nicht? Wieso? Weil da steht Pokémon Let's Go Evoli im Titel, aber kein Spiel. Echt nicht? Nö. Hatte ich doch eigentlich eingestellt. Gibt's natürlich auch auf England noch. Wie immer. Wäre ja nicht das erste Mal, dass er das nicht übernimmt. Ja, leider. Hmmm. Gebman했z, wir gegen Ratika Anna. Ansonsten wenn du magst, kannst du mir Mod geben und dann kann ich das ja einstellen mit dem Titel Ich weiß gar nicht, wo man das einstellt Im Chat Slash Mod ein und dann mein Name Du hast einen Namen? Ja Teilweise Also, was muss ich machen? Slash Mod und dann mein Name Mit Leerzeichen dazwischen, oder? Ja Groß-Kleinschreibung beachtend, oder? Äh, Glaube Ah, du bist nun hinzugefügt Okay Los Mio, nochmal sieh dir was Tschüss Radikal Zusammen Radikal Gekochte Ratte Nein, danke Ich möchte keine Amnesie lernen Ich will nicht vergessen Äh, ein Item Super Trank Toll, hat sich doch umgedreht Wollte ich doch gar nicht Keine Games Ähm Irgendwie könnte man das einstellen Ich bin gerade echt zu blöd Ich wusste das auf jeden Fall mal Nee, tatsächlich Er hat's rausgenommen Warum auch immer So, ich hab's jetzt eingefügt Das braucht nur wieder ein bisschen Ich kann's das leider nicht erinnern Ich bin zu blöd Ich hab's jetzt eingefügt Er braucht nur ein bisschen zum Aktualisieren Ich hätte, glaube ich, etwas heilen sollen Vielleicht Aber irgendwie hat er das immer noch nicht angenommen Ja, das ist leider Twitch Da mussten vorher wirklich alles einstellen Sonst dauert das ewig Hatte ich letztes Mal schon eingestellt Extra Ich dachte, die anderen Sachen hat er ja auch drin gehabt noch Vom letzten Mal Nur eben geht's das nicht Ja, nur das ist leider nicht drin, der Titel Hm, merkwürdig Warten nur ein paar Minuten Dann probier's nochmal Grüß dich Danke Warum setzt er einen Downschaufen ein, wenn er weiß, dass das nichts bringt Die KI Der benutzt einfach nur der Hinhaltetechnik Weil das wahrscheinlich die einzige Für die KI logische Attacke ist, die Schaden machen könnte Gut, Schaden machen könnte Ja gut, vielleicht hat er noch Kratzer Was ich nicht verstehen kann Wie macht ein Dick da Kratzer? Na ja gut Ja Mit der Nase vielleicht Wenn du dich direkt vor ihn hinstellst Okay Ich hab mich wieder verdrückt Ja gut, Madbo gegen Ivi-Tag ist Nicht so gut, ich weiß Ich hab mich auch nur verdrückt Weil wegen Ball Der ist ziemlich schnell Wenn du da mit dem Joystick mal kurz gegenkommst Schon ist er auf ne Attacke Deswegen hab ich auch schon mal Ja, das hat Was? Deswegen hab ich auch schon mal ne Attacke eingesetzt Die ich gar nicht einsetzen wollte Das hatte Lenny auch schon gesagt Dass man damit auch echt schwierig Namen eingeben kann Das find ich gar nicht so schwer tatsächlich Das dauert nur So, jetzt kochen wir uns auch noch einen Ivi-Tag dazu Zu der Ratte Geil Mh, lecker So ein richtiges Vorlauf essen Jetzt ist der Titel drüber Wow Wie lange hat es jetzt gedauert? Zwei, drei Minuten? Ja, das mag sein So, noch mehr Das Ivi-Tag ist noch nicht durch Boah, was Hast du den Browser noch offen? Nein Warum? Okay, von hin und wieder Hin und wieder hängt das Bild Jetzt, jetzt ist es gerade okay Okay Jetzt ist er Ja Oder es hängt bei mir Ich weiß es nicht Ich hoffe, es hängt bei mir Ich seh's gerade nicht Nee, das wird schon in Ordnung sein Keine Sorge Jetzt hängt zum Beispiel gerade gar nichts Was mich aber gerade stört Wir haben fast eine Stunde rum Und sind noch nicht mal am Fels-Tunnel Hey, weiblich ist Nidoran Das habe ich noch nicht Äh, es läuft weg Ich laufe immer nix Ja Ja, großartig Ist fast perfekt Bringt aber nix Nee Die Kreisfarbe hat ja auch noch was zu bedeuten Dieser orangene Kreis hat ja was zu bedeuten Wenn er rot ist, heißt es, das Pokémon ist sehr schwer zu fangen Wenn er, ja, so Orange ist, heißt es, es ist Eventuell zu fangen Und wenn es grün ist, ist es einfach zu fangen Okay, aber Fanggrad von Nidoran weiblich ist eigentlich immer gering gewesen Eigentlich Aber du musst auch gucken 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 Du musst aber auch bedenken Es ist schon, was habe ich gerade gesehen Level 21 Ja, gut, aber es geht noch Guck, und schon habe ich gelb, okay Durch das Essen ist es quasi das Andocken Oh, das war der perfekte Ball Und trotzdem bleibt es nicht drin Trotz eines perfekten Wurfs Und jetzt hat er Effekt Dieser Effekt der Bären lässt auch nach einem Fangversuch wieder nach Na komm Oh Es will nicht Bleib doch mal drin, ey Wenn du es gefangen hast, dann ist Queen Hier kriegst du eine Banane Eine pinke Ist doch egal Gelb, grün, pink Oh, komm Jetzt fehlt nur noch, dass er gleich flieht Ups Das war das Band Hast du das etwa nicht richtig um den Abendbrunnen? Doch Wie ist das eigentlich mit dem Controller? Wie lädst du den auf? Der hat so einen lustigen USB-Anschluss hinten Achso Yay, Voltmix hat ein Level-A Neuer Pokédex-Eintrag Willst du vorlesen? Ist mir egal Einer fängt an Okay, sonst mache ich wieder Okay Ja, dann mach Für Nidoran weiblich wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt Das Lese mache ich wieder Es hat sanftes Gemüt und meidet den Kampf Doch da es aus seinem kleinen Horn Gift ausströmt Äh, ja Fast richtig gelesen Ist trotzdem Vorsicht geboten Oh Du kannst gar keinen Spitzhang geben Wenn du es gefangen hast, wa? Ne, das macht man später Oh lol Da ploppt einfach ein Radikal auf Hey, bleib hier Ich will dich fangen Das ist wild Ich finde Radikal halt echt schön, ey Ich weiß nicht warum Ich finde Radikal ist so ein wunderschönes Pokémon Okay Auch wenn es so hässliche Grimmasse zieht Ne, aber ohne Mist Ich finde das echt Eines der glungsten Pokémon Grafisch Ups Daneben Äh, tschüss Pokémon Ja, man kann auch durchaus manchmal zu weit werfen Ja Äh, wie ist das eigentlich, wenn du mehrere Bären wirst? Geht das überhaupt? Du kannst immer nur eine aktiv haben Zuselben Zeit So, das ist nicht beruf Dafür gibt es ja unterschiedliche Stärken von Bären nachher Und jetzt weißt du sicherlich auch, warum der Felsenturm länger dauern wird Fels-Tunnel Kann sein Ach komm, die paar XP hätten sie deinem Smidbo auch noch schenken können Hätten sie ja Oh, nächster Eintrag Das machst du wieder Für Radikal wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über kleine Schwimmhäute So kann es in Flüssen jagen Das klang komisch Ist aber wahr Ja Fünf Pokémon, juhu In einem? Ja, nachdem wir zehn verschwendet haben Ich glaub, der Junge war das mit den kurzen Hosen Gegen den hatten wir ja gekämpft gerade Hatte der was gesagt mit den kurzen Hosen? Nein Der hatte nur irgendwas zum Fels-Tunnel gesagt Achso, stimmt Achso, das war ja der immer noch Hallo, Sie Du kannst dich noch ansprechen Hohoho, ein aufgewecktes Mädel, weil wir kämpfen wollen Harunobu Äh, nee, Harunobu Ich bin ein Affe Hast du Manky schon gefangen? Äh, ich glaube, ich hatte noch keins Den hättest du neben Vertania Ne, und der Vertania schon haben können Aber das ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit Nicht so hoch, dass es auftritt Gehört Manky nicht zu den Pokémon, die nur in der anderen Edition da sind? Äh, nee Es gibt auch spezielle Pokémon, ich glaube doch Rettan zum Beispiel Ja, den kriege ich hier nicht Rettan, Sandan Ich glaube, Manky steht auch auf der Liste Ich habe die auf Twitter gesehen, die Liste Guck mal gerade nach Bin ich gerade wirklich auf Visa-Fans gelandet? Ja, da will ich aber gar nicht hin Schnell zurück zu Poké-Wiki Ja, wirklich Ja, wirklich Ja, Meltern kannst du dir rüber senden Es gibt auch die Entwicklung Mel-Metall Äh, Mel-Metall Mel-Metall Der Äh, die ist reiche Mega-Entwicklung Die gibt's auch Pokémon in der Lola-Form Gibt's auch Beziehung dem Meister-Trainer Gibt's auch Pokémon Plus mit dem Ball Verbinde mit Pokémon-O-Dound Gopac Was ist denn das? Petitionsspezifische Pokémon oder so? Ja, hab ich eigentlich gedacht 1-G geben zu haben Yay! Valdini wurde besiegt Taboga, Level Up Hurra! Didi-di-di-di-di So Dann guck ich doch mal Myrapla Duflor Kukowai Sandan Sandami Fulcano Arcanic Knopfenser Ultragaria Sassenia Wolfix Nein Das steht nicht dabei Also Menki gibt's überall Habe ich doch heute gelesen Also Der Unterschied wäre wirklich Myrapla Duflor Kokowai Sandan Sandami Fulcano Arcanic In Pokémon Let's go Pikachu Knopfenser Ultragaria Sassenia Wolfix Volnona Mausis Nobilica In Evolive Hm Yep Ich kann dir gerne die Liste schicken Ich hab's gerade offen gehabt Okay Hm Willst du sie haben? Nee Brauche ich nicht Okay Komisch Aber naja Du siehst Wo die Sternschau Ich hab's gerade gesagt Ich wollte gerade sagen Ja ich hab's gesehen Hätte ich Also ich hätte es gesehen Und leider hat's bei mir geruckelt Nur den Finger hustet man Okay Ja 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 Christophi Ja Ja Ähm Ja Nidorina, willst du das nicht haben? Es leuchtet so schön. Ja, es ist ja auch riesig. Und brüllt dich an. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn du das entwickelst, ist der Nidorin... Nidoqueen, ist das denn auch nochmal in der roten... ...Riesigkeitsform? Oder ist das denn ganz normal? Das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich noch nie getestet. Meine Pokémon, die sich bisher entwickelt haben, wie so... verschiedene Formaten. Selbst aus dem Superball haut er ab. Äh, lol. Ha! Der Plummsack geht rum. Der Plummsack geht rum. Bleib doch mal stehen! Ah, Mann. Genau wie in Pokémon Goda. Hüpfen sie dir einfach von der Nase weg. So, ein perfekter Wurf zumindest. Mal sehen, ob er auch drin bleibt. Nein. Ah, jetzt hat er ihn abgewehrt. Die können sich nämlich jetzt sogar wehren gegen den Mal. Können sie ihn einfach wegschlagen, oder wie? Ne, die setzen einfach eine Attacke ein. So, wie jetzt. Ah, da habe ich so ein richtiges Flashback an den ersten Pokémon-Film. Pikachu! Ja, so ungefähr. Oh, das war so traurig. Ja. Oh, noch eine Person auf Insta. Okay. Jetzt guckt der nebenbei schon... Weißt du, da ist der Fang schon nicht mehr intensiv genug. Da guckt der schon nebenbei auf Insta, weil er einfach so langweilig ist. Nein, ich habe fast gerade zufällig auf mein Handy geguckt, weil mein Akku ist fast leer. Deswegen muss ich ein bisschen drauf achten. Oh, das Pokémon hat viele EP gegeben. Was kann Wulpix denn überhaupt? Der geht ja erstmal weg. Verwirren ist besser als Routenschneid. Momentan. Wieder ein Pokédex-Eintrack. Für Nidorina wurde ein Eintrack im Pokédex angelegt. Während es sich im Beute... Äh, äh. Mann, ich kann die lesen. Während es sich im Bau aufhält, zieht es eine Stachel ein. Damit signalisiert ist, dass es entspannt ist. Ah, guck mal, es ist 1,10 Meter groß. Sie ist kleiner als ich. Gerade so. Nein, ein bisschen größer bin ich schon.